Musik Kofferlosser, Kopf Austragungsländer einer Fußball-Milchweite Deutschland Südafrika Italien Japan Griechenland Nein Einzelner für Walle Europa-Misch oder Welt-Misch Welt-Misch Zweites Teams der dritten Liga 19-20 Walle beginnt jetzt 19-20 Meppen Zwickau Was gibt's da noch? Ja, wir, ne? Oedingen Münster Chemnitz Ingolstadt Jena Halle Magdeburg Duisburg Frauenschweig Frauenschweig Das ist der letzte Wunsch Hörst Und Ahring Großartes Ball Hörst Boah, ich war doch auf der Tribüne die ganze Zeit, das geht doch keiner weinen. Wie viel haben wir denn da? Halt in Duisburg? Scheiße. Und für Mete? Ich weiß nicht wie gut. So, Mete beginnt diesmal, 1-1. Bundesliga-Trainer 19-20. Mete fängt an. Bernhard Trares. Nein. Bundesliga-Brenner. Ach, Bundesliga, sorry, sorry. Oh, ich dachte hier, ich bin in der dritten Liga. Sorry. Hans Flick. Peter Bosch. Klinsmann. Kohlfeld. 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 Ja. Gefahr. Kohlfeld. Schlaft. Warte beginnt diesmal. Die Elf jüngsten Spieler im aktuellen S-bau Waldhof Gade. Elf Jüngsten Jonas Weig Florian Flick Benedikt de Santos Ariane Tverati Mette Cilic Jan Hendrik Marx Das ist doch 95, oder? Jan Just und so, oder? Silas Schwarz Ich wollte mich zum Schluss aufhalten, falls er nicht weiß So, dann letzte Runde für euch beiden Teilnehmer Europameisterschaft 2020 Im Fußball Alle begangen Also der jetzige Deutschland Türkei Frankreich Wales Holland Portugal Finnland Italien Kroatien Das ist Kroatien dabei Ja, Kroatien, oder? Doch Ich glaube, Griechenland, aber ich bin mir nicht sicher. Spanien haben wir noch nicht. Ja, allerdings. England. Luxemburg. Polen. Tschechien. Die Russen. Die Russen kommen, scheiße. Wie lange haben wir denn noch? Ein paar sind es noch. Ein paar. Sechsen, genau. Was sind Balkanländer? Ähm, Schweiz? Hä? Welche Balkanländer noch? Doch, sei ja, aber das ist mir gerade euch in den Kopf gegangen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Nachbarn noch dabei sind. Ich habe ein, zwei. Ah, jetzt habe ich einen. Müsste dabei sein, Belgien. Wird schwer, ne? Ich habe einen noch, ich weiß nicht ganz genau, wie der nachbarn ist. Achso, da weiß ich. Wie viele sind noch? Vier? Vier. Einen halben. Zwei noch. Zwei ist ja auch nicht mehr. Einen weiß schon, habe ich nicht zu sagen. Nein. Ich dachte, was du brauchst in Norwegen? Nein, das nicht. Achso. Vier. Nein. Kommt einfach mal. Bulgarien. Wer war denn noch dabei? Dänemark und Ukraine. Ukraine? Nein. Steggis.